Und damit ein herzliches Willkommen und einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans. Wunderschönen guten Abend, stimmt, ich bin gerade vom Arbeiten gekommen, wir haben jetzt halb elf und wir werden den Clan War durchstarten. Und ich möchte es, muss es, darf es gegen einen Rathaus Neuner. Der Clan War Start ist durchwachsen, überlaufen, ich hab gerade mal reingeschaut, ihr seht das, doppelte Angriffe fast und nur vier Sterne mehr. Und wenn wir mal ins Team hineinschauen, 1-Star, 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 3-Star, 1-Star, 1-Star, 2-Star, 1-Star, 3-Star, 1-Star, kein Star, 2-Star, 1-Star, 3-Star, 1-Star, kein Star. Ja, durchwachsen wie gesagt, wir durchlaufen gerade in der Phase, viele neue. Da muss man ein bisschen geduldig sein, ich zeige euch erstmal mein Ziel. Ich bin an der 3 gesetzt, wir haben einen Rathaus Neuner und natürlich ist der Druck enorm, ich muss hier drei Sterne holen. Ich hab den Angriff auch wirklich eigentlich ganz gut geplant, hier kommt ein Jumpin, Gulavalun, und möchte beide Luftabwehr, Queen und zwei Magiertürme ausschalten und werde dann den Rest hoffentlich mit Hounds und Lunes Daumen kommen. Vier Wut Spurs sind am Start, ich bin nervös, aber gehen wir's an. Finger sind noch leicht zittrig vom Arbeiten, übertrieben gesagt. So, wir machen die Magie hinterher und da muss der Jump jetzt richtig sitzen. So, die Golem nutzen ihn, hervorragend. Dann kommt die Queen, dann kommt der King. Da kommt die Clan Book, da gibt's den Gift und hier gibt's den Wut, den ersten. Der ist nämlich so geplant, dass da alle was von haben. Das heißt, die Golems und die Helden, die Queen ist jetzt auch drin, das klappt wunderbar. Die Magier räumen von außen auf. Und ihr seht das, zwei Magiertürme down, gegnerische Queen ist down und beide Luftabwehr-Einheiten. Wir zünden noch den King, kommen jetzt hier mit dem ersten Hound, der zweite hier unten. Und dann müssen wir gleich mal schauen, was wir die Queen zünden. Der dritte hier. Und kommen jetzt mit Lunes, kurz noch die Queen gezündet. So, geben hier den ersten Wut. Und machen dann hier oben den nächsten. Und die Houndsturm sich aus. L.A. ist down. Und hier oben kommen wir noch mit Lunes. Und hauen hier den letzten Wutspel rein. Und können hier jetzt schon mal anfangen, die toten Gebäude auszuschalten. Aber das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Haben jetzt zwei in der Mitte noch, ja, in der Mitte die Teslas. Hound ist noch am Start. Hier kommen noch Sklettfallen. Schauen wir mal hier, dass wir den einen Bogenturm noch down bekommen. Aber ich hoffe, es sind genug Lunes da. Tesla ist down. Jetzt haben wir noch einen Hound. Der dürfte sich in dem Fall so ganz gerne splitten. Hier unten haben wir Welpen. So, der Bogenturm sollte down gehen. Und jetzt ist alles down. Und zeittechnisch eine Minute. Wir haben hier in der Mitte noch das Rathaus und der King. Das wird interessant. Ob hier am Ende die Zeit ausreicht. Doch, das Rathaus geht down. Diese eine kleine Welpe. Das Welpchen hier ist fleißig. Das haben wir, ja, wuh, 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 das wird interessant. Hier unten kümmern sich die Welpen. Hier noch ein verzweifelt der Bogen. Der hier kämpft gegen das Rathaus. Die anderen Welpen kümmern sich um den King. Eine Welpe besiegt das Rathaus. Hier oben wird sich ausgetobt. Und jetzt, wenn hier das down ist, King ist auch down, dann haben wir es geschafft. Sehr, sehr schön. War Pflicht. Keine Frage. Bin froh, dass Go-Lava-Loon geklappt hat. Genau wie geplant. Hat alles funktioniert. Sehr schön diesmal, dass zwei Magier-Türme down gegangen sind. Und wir haben einen Thiefstar. Das passt doch schon mal. Immerhin etwas. So, heißt also, ich kann es voll schaumig weitermachen. Am besten vielleicht sogar die Eins beim zweiten Angriff. Haben hier 25 und 28 Helden. Wir schauen mal, wie Simi angegriffen hat. Hat das Ganze viele Mauerbrecher. Elf Stück. Sieht nur nach Golem Wizard aus. Wir schauen mal, wie er vorgegangen ist. Gut, die ersten Mauerbrecher wurden wegkatapultiert. Er kommt mit welchen hinterher? Ist wieder nicht durchgekommen. Hat da dann schon viele Mauerbrecher jetzt gebraucht. Macht nochmal ein Barbar zum tanken. So, jetzt ist er durch. Aber hat fünf Mauerbrecher noch. Hat zwei Jump Spurs dabei. Kommt hier mit dem Golem rein. Zweiter Golem aus der Clamook und ein paar Magier hinterher. Dann denke ich, will er das gleiche an der unteren Ecke auch nochmal machen. Oder er kommt wirklich nur von da. Hier oben liegt Clamook. Er haut den Gift Spell drüber. Magier toben sich aus. Clamook geht down. Nach und nach der Gift Spell wirkt. Hält er noch nicht. Hier unten das gleiche nochmal. Er wollte es probieren. Er hat noch Mauerbrecher. Und ist durchgekommen. So, hier oben aber mittlerweile schon alles down. Also er hat sich hier wirklich recht viel Zeit gelassen. Für meinen Geschmack sogar ein bisschen zu viel. Und ich denke hier unten, ja, macht das genauso. Kommt wieder mit zwei Golems. Also es sollte ein Golem Wizard Angriff sein. Aber da hat er für meinen Geschmack wirklich zu lange gebraucht. Da hat er erst die einen Teil hier oben. Dann den anderen hier unten. In die Mitte wollte er wahrscheinlich nochmal mit Mauerbrechern rein. Wo es keine mehr hat. Doch, die haben sogar noch gereicht. Und dann will er wahrscheinlich einen Jump Spell beim Bogenturm. Und einen in die Mitte rein. Aber hat es natürlich kaum mehr Golems. Die in der Mitte tanken. Hat es die Queen gesetzt, wird es auch gleich im King kommen. Da war es bei mir in einem Angriff wichtig, dass ihr außen wollte. Lange wegfahren. Dass der King auch reinzieht. Das hat Gott sei Dank gut geklappt. Und ihr seht die Golems hier unten. Die oberen sind ja schon lange weg. Die unteren sind auch gleich down. Und er hat jetzt nur noch zwei, die in der Mitte tanken. Kommt jetzt zum King hinterher. Zwei Freeze und eine Wut waren noch am Start. Ich denke, er wird dann das Rathaus down bekommen haben. Ich habe vorher gar nicht auf die Prozentzeige geachtet, um ehrlich zu sein. Jetzt gibt es einen Doppelfreeze. Komplette Zentrum stillgelegt. Der war wirklich sehr, sehr schön. Und wenn jetzt gleich noch ein paar mehr Golems da gewesen wären, wären da vielleicht dann auch noch eher die 50% und somit auch der zweite Stern drin gewesen. So rettet ihm die Queen das Rathaus. Die kann er jetzt jeden Moment noch zünden. Der King wurde jetzt ausgeschaltet. Und er hatte jetzt am Ende zwar noch zwei Claire-Trüppchen dabei. Einen Bogen. Oh, die Queen immer noch nicht gesündet. Jetzt im perfekten Moment eigentlich. Einen Bogen und einen Minion. Aber es gab einfach zu wenig tote Gebäude, wo er sich noch hätte austoben können. Und deswegen war dann am Ende beim Rathaus Schluss. Wir schauen mal den Angriff auf die Sechs an. Ein Freestar von Moritz. Mal schauen, wie er sich geschlagen hat. Macht das mit Gohawk. Einen Jump, drei Heal und einen Gift. Kommt hier mit zwei Golems eingemaxst aus der Clambook. Die Magier kommen hinterher. Und schalten die ersten Außengebäude aus. Mauerbrecher hat er dabei. Mal schauen, ob die hier durchkommen. Nein, die wurden vom Magier-Turm gekonnt ausgeschaltet. Das heißt, eigentlich schon ein leicht superoptimaler Start. Hier unten zwei Schweinchen. Ich vermute, da will er eine Riesenbombe-Schrägschicht-Doppel-Riesenbombe ausschalten. Wir schauen mal. Ne, waren nur normale Bomben. Jump in die Mitte. Die Clambook kommt raus. Wir haben hier einen Bogen dabei. Er haut den Giftspell drüber. Und wir sehen hier, die Golems denken mal. Bahnkönig zieht mit rein. Und die Queen mit 25 und 28 Gehelden ist Moritz natürlich auch schon ganz gut dabei. Und ich bin dann gleich gespannt, von wo er mit den Schweinen reinmarschiert. Und sich da dann nochmal extra ein bisschen austobt. So, die Golems. Einer hat sich gesplittet. Der Gemachste zusammenstellt. Er hat den King zünden müssen. Die Queen räumt von hinten weiter auf. Und jetzt kommen hier oben die Schweinewellen. Auf zwei aufgeteilt. Und jetzt gibt es dann wahrscheinlich jeweils einen Heelspell zwischen die Magiertürme. Oder jeweils einen rechts, einen links. Einen rechts, einen links. Über die Magiertürme. Der eine ist schon down gegangen. Hier haben wir eine Riesenbombe. Aber die Schweine werden wieder hochgehalten. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und ich bin gespannt, wo es dann gleich den letzten Heel gibt. Ich vermute mal beim letzten Magierturm hier unten. Weil ihr wisst, dass Flächenschaden bei Schweinen ist immer so das Fiese. Wo man sich immer ein bisschen vorfürchtet. Und hier ist es genauso gelaufen. Er hat über den letzten Magierturm den letzten Heelspell. Und ihr seht, die 28 Queen kann halt so noch zünden. Hat hier noch zwei Minions und Minions, Goblins. Und ein Magier am Start, die hier schön Gebäude ausschalten können. Und dass es so am Ende keine Zeitprobleme gibt. Hier oben ist noch ein Bogenturm, eine Kanone. Die Schweinchen schalten das souverän aus. Und die letzten 50 Sekunden, 55 Sekunden, kann man vorspulen. Queen tobt sich unten aus. Die er dann jetzt auch gleich noch zünden wird, vermute ich mal. Oder auch nicht. Wer weiß. Doch, er hat sie noch gezündet. Und die Schweine hüpfen und hüpfen, schalten hier unten die letzten Gebäude aus. Ihr seht, viel hat überlebt. Und ein richtig schöner Three-Star von Moritz. Auf seine eigene Nummer. Genauso hat das auch noch Reigns geschafft. Werden wir uns auch gleich mal anschauen. Die 13 auf die 13. Go Lava Loon zum zweiten. Beziehungsweise ich glaube, wir haben hier keine Go. Also wir haben hier nur Lava Loon. Er hat vier Hounds dabei. Vier Magier. Doch in der Klamurg vielleicht. Okay, er macht das Ganze mit einem Golem. Hier natürlich recht leicht. Die Queen ist weit außen. Die kriegt man dann ganz gut ausgeschaltet. Eine Luftabwehr, denke ich, will er da bekommen. Und einen Magier-Turm. Mit vier Hounds ist er wirklich ganz gut dabei. Sechs Eilzauber und ein Wut. Auch sehr interessant. Eilzauber, ihr wisst, das macht nur schneller. Wut erhöht auch den Schaden. Gift-Spell läuft schon über die Klamurg. Er hat beide Helden und hat jetzt hier den Wut-Spell. Für Golem und Helden und Magier gesetzt. Für die Loons und für die Hounds dann wirklich nur die Eilzauber. King musste erst zünden. Er schaltet jetzt beide Helden aus. Und die Luftabwehr ist da umgegangen. Magier-Turm auch. Und jetzt denke ich, kommt doch schon. So ist es. Jeweils mit Doppelhounds auf die Luftabwehr-Einheiten. Und macht dahinter seine Loons. Und hat jetzt natürlich sechs Spells dabei. Es sind nur Eilzauber, ganz klar. Keine Wut-Zauber. Aber ist ganz nice hier. Den ersten. Hier den zweiten. Dass die Loons recht schnell zur Luftabwehr kommen. Und genauso wurde er dann, denke ich, in den Weg auch über die Base geebnet haben. Um zur dritten Luftabwehr zu kommen. Ihr seht, ein Hound wurde links gesplittet. Einer wurde rechts gesplittet. Und beide schweben noch so halb zur Luftabwehr. Jetzt ist aber nur noch einer da. Hier oben nochmal Loons mit dem Eilzauber beschleunigt. Und hier nochmal der nächste Eilzauber. Dass die eben möglichst schnell zu dieser Luftabwehr kommen. Und einen Eilzauber. Ne, zwei hat er noch übrig. Einen nochmal hier über die Luftabwehr gehauen. Dass die Loons schnell hinkommen. Und ihr seht das. Ein riesen Intermezzo. Alle Däffernheiten down. Was die Luft angeht. Viele Lava-Welpen bei vier Hounds am Start. Die Queen hat überlebt. Kann hier noch Schaden mit australen. Und interessant. Muss ganz ehrlich sagen. Also bei uns jetzt im Clan. Ich selber. Weil ich teile es auch noch nicht gesehen. Go Lava-Loon. Mit Eilzaubern. Ja. Aber mit so einer großen Anzahl nicht. Dann schauen wir uns doch zum Abschluss noch den Angriff auf die 19 an. Yannick. Auf seine eigene Nummer. Nochmal über die Luft. Und diesmal haben wir das Klassiker. Ein Jump. Und drei Wut. Und aber auch vier Hounds. Also er kommt auch mit einem Golem aus der Clambook. Möchte die Queen ausschalten. Luftabwehr ist ja auch relativ weit außen. Clambook kommt raus mit Drache und Lunen. 17 und 15 erhält. Da hat er einen gewissen Vorteil. Gegenüber dem Gegner. Und er lässt jetzt auch hier erstmal die ganzen Außengewäude ausschalten. Gift Spell ist auch über der Clambook. Und jetzt kommt der Jump Spell. Den hat wahrscheinlich sowohl der Barbarenkönig als auch der Golem, wenn er denn noch lebt, nutzen. Barbarenkönig wurde recht schnell ausgeschaltet. Luftabwehr ist da umgegangen. Queen ist da umgegangen. Heißt Minimalziel erfüllt. Und jetzt ist die Frage. Die Queen hat sie gezündet und sie hat den Drachen noch bekommen. Das war sehr, sehr wichtig. Sonst hätte es Probleme geben können. Mehr aber nicht. Also wir haben hier noch drei Luftabwehr-Einheiten und alle vier Magiertürme. Kommt oben mit zwei Hounds. Und Luns hinterher. Und haut auch hier in den Wutzauber. Das Ganze denke ich würde jetzt auch im unteren Bereich so machen. Wird sich da sicher eine Luftabwehr rausgelegt haben. Clear-Einheiten sehen wir nur in Anführungszeichen zwei Magier. Kommt es hier mit dem nächsten Hound. Okay, den letzten hebt er auf. Es sind hier drei Hounds bei Luftabwehr. Nächste Wutzperl. Vorteil hier kann man so sagen, dass Magierturm und Luftabwehr nah beieinander sind. Dann tanken nämlich die Hounds erstmal den Magierturm. Und die Luns werden nicht direkt fokussiert. Und hier unten den letzten Hound. Ihr seht, drei haben noch überlebt. Das hat wirklich gut geklappt. Und denke ich, hier wird es dann gleich den letzten Wutzperl geben. Die Luns noch etwas angefeuert. Richtung Luftabwehr, die ging sehr schnell down. In der Mitte X-Bow ist auf Boden gestellt. Also auch hier wirklich keine Gefahr. Und die Base hat dann doch nahezu geschrien. Greif mich bitte über die Luft an. Yannick hat Zaynab den Wunsch erfüllt. Und hat ihn am Ende dann mit drei Sternen platt gemacht. Sehr, sehr schöner Angriff. Hat wirklich gut funktioniert. Auch hier nochmal. Also heute wirklich in der heutigen Folge. Viele Angriffe über die Luft. Auch ich. Und ich bin froh, dass es geklappt hat. Jetzt wird es interessant, ja. Was wir noch so reißen können. Es stehen sicher noch. Wir haben über die Hälfte Angriffe noch. Aber wir haben eben viele neue Leute. Aktuell ein bisschen viele One-Stars. Gerade im unteren Bereich. Klar, wenn man auf drei Sterne geht, ist immer ein gewisses Risiko dabei. Wir werden es morgen sehen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge unterhalten. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn euch auch. Ich bin für heute Abend raus. Und wir sehen uns morgen Abend wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.